Ja hallo zusammen, ich bin wieder mal an den Ort wechseln, wie ich das schon ein paar Mal gemacht habe hier in Puerto und zwar gehe ich jetzt nach Sicatella, das ist also auch in Puerto Escondido, aber das ist ein Strand oder ein Teil von Puerto Escondido, der weiter vorne ist, etwa 20 Minuten, 25 Minuten zum Laufen und der Grund, warum ich das mache, ist, weil ich gehe morgen wieder in die Schule. Ich habe mir eine Spanisch-Lektion gebucht und zwar ist es so, dass ich zuerst auf Mexiko wollte, habe ich eigentlich hier in Puerto Escondido eine vierwöchige Schule gebucht, habe dann das nachher aber abgesagt, weil ich mir Spanisch selber beibringen wollte oder etwas anders, nicht einfach in eine Sprachschule zu gehen, habe dann das nachher gecancelt und habe natürlich dann den Canceling fee und alles zahlen und ich habe jetzt diesen Typ kontaktiert und dann gesagt, ja gut, ich kann mir jetzt ein gutes Angebot machen, jetzt komme ich 1 zu 1 Betreuung, etwa für den Preis zu einer Gruppe, also zum Kleingruppenpreis sozusagen, also ich zahle jetzt 8 Dollar per Stunde anstatt 12 Dollar, was es sonst kostet. So Leute, der Miles und ich sind jetzt hier im Beach, wie heisst es, ich schreibe? Bar Cocho und jetzt lassen wir hier Schildkröte frei. Also das ist zumindest mal der Plan, mal schauen, ob wir es hinbringen. Ich hoffe es, ich hoffe es. Und ihr seht, heute ist relativ bewölkt, was sehr sehr schön ist, weil es ist mega angenehm jetzt so. So jetzt können wir hier unsere Schildkröte fassen. So darf ich mir vorstellen, meine Schildkröte. Rösti. Das ist doch ein guter Name für eine Schildkröte, nicht? Was meint ihr? Sie sehen nicht so, sie ist ein bisschen faul, glaube ich. Ich hoffe, sie wird noch ein bisschen aktiver und schafft es bis ins Meer. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen chill. Gell? Was ist der Name für deine Schildkröte? Meine Schildkröte ist, ich glaube, Hilda. Hilda. Ich glaube, sie ist ein Kampf. Sie hat definitiv ein Survival Instinct. Ja, wie bei meiner, die einfach leidig ist. Aber ich glaube, es ist ein Jahrhilda. Wenn ein Mann ist, ist Jake. Aber ich bin ein sicherer Hilda. Die Sperre ist voluntary. Die Sperre ist erfolgreich. 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 Ich denke, ihr ist erfolgreich. Wir sind erfolgreich. Ich bin es schnell, wir werden. Es wird TELEEVNICHT. Sie hat ein Applaus, ich bin. Ihr braucht noch ein bisschen Hilfe. Wie? Komm, buddy. Ja, komm, du es! Ich glaube, das ist die erste. Ihr ist ein Sprinter, man. Come on, you can do it! Schau mal, Rösti geht ab wie eine Rakete. Go, Rösti! Jawoll, ziehen Sie durch! Ihr probiert jetzt die Schildkröte zu verteidigen, indem er Sand nimmt und auf die Krabben, die da unten sind, schiesst, weil sie vermutlich die Schildkröte fressen wollen. Und das wollen wir natürlich verhindern. Und meine Trösti ist jetzt schon relativ weit unten. Ist das Trösti? Ja, das ist Trösti! Ja, das ist ein guter. Jawoll! Wuuu! Das ist ein guter. Wuuu! 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 Das ist ein guter. Wuuu! 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 So, jetzt muss ich noch nicht überleben. So, es hat es jetzt noch einen Zweutig gegeben und der ist jetzt ein bisschen aktiver. Wuuu! 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 Und den nenne ich Bratwurst. Passend zu der Rösti. Also Bratwurst. Do it! Do it! Wuuu! Ja, es hat ein bisschen den Eindruck gemacht. Es würde uns fast ein bisschen regnen. Es hat ein bisschen tröpfeln. Und wir haben uns dann nachher sehr schnell entschieden, hier noch ein Bierchen zu trinken. Uns vor dem Regen zu verflüchtigen. Aber es hat gar nie wirklich angefangen. Scheisse gelaufen. Jetzt trinken wir halt ein bisschen. So, wir haben es jetzt geschafft. Wir sind jetzt hier im Cafecito wieder am Strand vor. Und bei mir gibt es einen Burger. Wieder mal nach einer Woche ohne Fleisch gönne ich mir jetzt wieder mal ein Stück Fleisch. Und der Meier setzt Tacos. Tacos. Tacos de pollo. Unguete. Provecho! So, guten Morgen zusammen. Es ist Viertel vor 8 Uhr. Und ich mache mich jetzt auf den Weg zu der Schule. Und zwar fährt am 9 Uhr jetzt meine Schule an. Und jetzt muss ich mal schauen, wo das ist. Dann kann ich zuerst noch etwas zum Morgen essen. Und dann heisst es 3 Stunden Schule. Ich freue mich wieder mal ein bisschen etwas dazu zu lernen im Spanischen. Und ich hoffe, es bringt mich dann wieder ein bisschen weiter. So, ich bin jetzt da gerade in der Spanischschule angekommen. Schon herzlich willkommen geworden. Jetzt müssen wir mal schauen, was sie da gefangen hat. Das ist Brian, das ist der Besitzer dieser Schule. Und er war heute noch am Morgen am Strand und hat da die Käferli. am Strand unten und das ist so eine Delikatesse. Wenn man die im Restaurant oder irgendwo kaufen will, kostet die mega viel. Und sie kommen nur zum Vorschein, wenn es zum ersten Mal regnet im Jahr. Und das war erst kürzlich. Darum ist am Strand alles voller von diesen Käfern. Und die machen es jetzt mit Salsa oder mit Fleisch oder so. Dann kochen sie das nachher. Schon wieder etwas gelernt. So, die erste Lektion ist jetzt durch. Es ist etwa ein bisschen nach den 12. Wir haben jetzt hier drei Stunden lang durch gelernt und ich habe schon wieder sehr sehr viel profitiert. Also das ist tiptop. Und jetzt gehe ich schauen, dass ich eventuell noch Surflessons kann organisieren. Weil sie bietet das auch an. Und jetzt muss ich das mit dem Kollegen, mit dem Miles besprechen, wie wir das machen. Weil das wäre eigentlich auch noch das Ziel von mir, dass ich da noch etwas lernen zu surfen. Und ja, mal schauen, wie wir das Ganze machen. Ja, hallo liebe Leute. Ich hoffe es ist alles klar bei euch. Ich bin jetzt ein bisschen am Videoschneiden gewesen. Und das ist übrigens mein neues Hostel, das ich euch ja gar noch nicht so richtig gezeigt habe. Da schlafe ich also. Wir haben jetzt die letzten paar Tage sogar noch die Klimaanlage gehabt. Das war richtig schön. Jetzt aber nicht mehr. Weil jemand hat für das gezahlt. Und das kostet ca. 100 Pesos pro Tag. Darum haben wir das leider nicht mehr. Aber so sieht das aus. Also richtig schön gross und geräumig. Und jetzt zeige ich das mal von aussen. So. Hier ist noch der Ausserbereich mit der Küche. Wenig am chillen. Die deutschen Schlafmütze. Und hier unten, übrigens, hat es noch einen ganz coolen Pool. Und der ist ausnahmsweise mal richtig schön. Dass es ja auch nicht immer so üblich ist mit den Hostels. Also da kann man sich recht gut verweilen. Und ja, heute bin ich wieder in der Schule gewesen. Wie die letzten drei Tage. Ich habe wieder sehr, sehr viel gelernt. Und. Heute Nachmittag. Also respektive jetzt habe ich natürlich ein kleines Siesta gemacht. Wie es üblich ist da. Und in gut einer Stunde oder so gehe ich surfen. Weil ich habe mich jetzt angemeldet für eine Surflektion. Auch in dieser Schule, in der ich Spanisch lerne. Ich habe gestern ein zweieinhalbstündiges Intro Video geschaut. Wie man die Wellen lässt. Wie man die Wellen nehmen. Wie eine Welle entsteht. Was auch immer. Alles theoretische Dinge. Und heute geht es dann ich glaube noch nicht ins Meer. Aber einfach mal trocken Übungen. Und dann sollte es morgen aber ab ins Meer gehen. Ich freue mich schon richtig. Weil ohne Übung und ohne Instructor kommen da einfach nicht vom Fleck. Und ja. Ist nicht so mega cool so zu surfen. Ja. Was haltet ihr eigentlich von meiner Frisur? Es ist prächtig am Wachsen. Ha. Ja. Es ist so eine lustige Zwischenlänge. Ich weiss es sieht ein bisschen lustig aus. Aber sie kommen bald länger. Und dann bin ich dann auch wieder zufrieden mit meiner Mähne. Hoffentlich auch mal. Ja Leute ich hoffe ihr habt euch ein bisschen unterhalten mit dem Video. Und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Daumen hoch nicht vergessen. Abonnieren nicht vergessen. Und bis bald. Tschau tschau. Du in der Önsteuer. Das ist Freiheit. Los.